Wir sind hier in der Konstruktionshalle von Linsenjacht, in der der Bau aller Linsenjachten startet. Und möchten Sie auf den neuesten Stand unserer 75 Edition Modelle bringen? Am 1. April 2024 feiert Linsenjacht sein 75-jähriges Bestehen und wir wollen diesen Weg zusammen mit Ihnen gehen. Wir arbeiten derzeit mit Begeisterung an unserer Limited Edition, die 75 Edition und wir stehen hier in unserer Konstruktionshalle, wo Sie die ersten drei Schiffe sehen. Das sind alle 35 Fuß Linsenjachten, wovon zwei eine 35 SL, eine Sedan und eine AC Version und dann eine Grand Sturdy 35 AC Version. Die Farben, die wir gewählt haben, sind das schöne Mahogany Red für die SL Serie und das Velvet Green für die Grand Sturdy Serie. Die nächste Phase wird die Strahlkabine sein und später dann die Spritzkabine. Nachher werden wir dann auch die wunderschönen Farben tatsächlich auf die Rumpen sehen. Wir werden Sie in naher Zukunft regelmäßig über die Entwicklung unserer limitierten Serie informieren. Also behalten Sie uns im Auge. Und wir hoffen Ihnen zu begrüßen in Maßpracht. Wir werden Sie in der Mitte des Zolls. Vielen Dank.